Willkommen zu einer neuen Runde, ich muss ganz kurz mal meinen Inf sortieren, wir spielen heute eine Runde UHC, es ist, ja, ein bisschen früh am Morgen, deshalb muss ich jetzt die Kids nehmen, die ich von anderen vorgeschlagen bekomme, weil das sonst dezent ewig dauern könnte, ähm, ich bin nicht eingespielt, by the way, das wird jetzt heute kein krasses Edit, das soll einfach nur ein Ausgleich dafür sein, dass ich die nächsten Tage im Urlaub bin und da keine Streams kommen können, okay, schon wieder der gleiche Gegner, das gleiche Kid, ich hasse diese Map, weil das ist Boss Spamming, Tim würde die Map mögen, so, ähm, ja, also ich bin halt im Urlaub, da werde ich auch ein bisschen vloggen, äh, zumindest werde ich versuchen zu vloggen, ob da jetzt am Ende was draus wird, weiß ich jetzt gerade nicht, ähm, ja, das ist halt einfach eine Entschuldigung dafür, dass es keine Videos gibt, äh, oder keine Streams gibt, in der Zeit, Aua, das war's heute, so, jetzt mal mit meinem Kid, aber ich meine, es ist praktisch ein UHC-Kit, nur mit einem besseren Bogen eigentlich, das trifft es ziemlich gut, finde ich, sogar, UHC-Kit mit einem besseren Bogen, weil, wenn man mit diesem Bogen schießt, ne, der spamt mich mit einem Bogen, der kein Damage macht, oder die Leute liebe ich auch immer, die mich mit einem Bogen spammen, der kein Damage macht, aber ich hab das Gefühl, dass ich mit meinem Kid, hier kann man halt wirklich nix über die Warteschlange machen, sondern hier muss man halt praktisch über die Dings gehen, äh, hier muss man halt praktisch die Gegner so direkt herausfordern, ich glaube, den Typen könnte ich bekommen, wird aber knapp, nein, oh, ich hab den nicht mehr genug mit meinem Kid herausgefordert, jetzt hab ich ein Pott-Kit, DT, falls du das siehst, wehe, du schreibst da zu einem Kommentar, ich weiß, dass ich scheiße im Pott bin, die Frage ist jetzt, wer hätte ich den Steve überhaupt bekommen, weil Potten ist wirklich nicht mehr, ja gut, der Pott hat aber auch den Experten, ja, das war sehr knapp, und jetzt hab ich den Steve in meinem Kid, das kann lustig werden, komm, ich spam den jetzt mal ein bisschen mit dem Bogen, der kein Damage macht, oh, Bruder, ein Shot hat er auf mich, einen Shot hab ich auf ihn, zweiter Shot, dritter Shot, vierter Shot, fünfter Shot, sechster Shot, siebter Shot, achter Shot, es ist nicht so schwer zu treffen, muss ich zugeben, während der Gegner, äh, nicht, sich nicht bewegt, das muss ich dem lassen, der gibt mir bessere Hits als die Runde davor, aber den müsste ich trotzdem bekommen, ja, so, das wird jetzt der letzte Fight, weil ich muss gleich in die Schule, und ich wollte das Video eigentlich noch ganz gerne vor der Schule fertig kriegen, aber, ja gut, das sollte nicht allzu schwer werden, der Typ ist nämlich schon hart gut, das muss ich ihm jetzt einfach mal ganz kurz so an dieser Stelle lassen, dass der Typ hart gut ist, du schlägst mich gerade mit dem Wasser einmal, ist dir das klar? Yo Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega über Like, Abo, Komite, Tzl, bis dahin, ciao!